Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Mark Brost von der ZEIT. Grüß Sie. Guten Morgen. Wir wollen mal ein bisschen Durchblick haben, den Sie haben in Berlin, denn unsere Hauptstadt-Korrespondenten von Zeitungen und Sendern sind natürlich ein bisschen näher dran und schauen hinter die Kulissen. Was läuft da eigentlich gerade? Kriegen wir das Richtige mit und transportieren wir das oder läuft da sehr viel mehr hinter den Kulissen? Also es läuft sehr viel mehr hinter den Kulissen, als wir mitbekommen sollen und das liegt ganz einfach daran, dass wir in so einer Art Phase der hysterischen Stagnation sind. Was heißt hysterisch und was heißt Stagnation? Hysterisch heißt, alle vier möglichen Koalitionspartner sind inhaltlich maximal voneinander entfernt. Da rede ich jetzt nicht nur von der CSU und CDU, sondern natürlich auch von den Grünen und der FDP, die ihre Sondierungsgruppen gebildet haben, 13, 14 Leute jeweils. Und die maximalen Hürden für Jamaika benannt haben, nochmal verwiesen haben auf Wahlprogramme und so weiter. Gleichzeitig Stagnation, weil eben bekannt geworden ist, dass ja bis zum Ausgang der Niedersachsen-Wahl, also ungefähr eben noch zwei Wochen, einfach gar nichts passieren soll. In dieser Phase aber darf man nun eben auf keinen Fall den Eindruck erwecken, zu kompromissenbereit zu sein, zu früh mit den Füßen zu zucken, zu viel zu machen. Und deswegen baut man nach außen Mauern auf und nach hinten im vertraulichen Gespräch wird telefoniert, wird versucht, irgendwie sowas wie eine Erzählung für Jamaika zu entwickeln. Eine Erzählung für Jamaika. Wer erzählt sich denn da eigentlich? Wissen Sie es? Da gehen wir davon aus, dass natürlich die führenden Köpfe aller vier Parteien miteinander sprechen. Ich glaube, auch da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem, was öffentlich und was vertraulich stattfindet. Wir werden in diesen Tagen immer wieder Fotos oder Bilder von Politikern sehen, die sich ganz zufällig in einem Café treffen und ganz zufällig in einer Art vertraulichem Gespräch über Jamaika sprechen sollen. Diese Leute sind garantiert nicht beteiligt an den Gesprächen. Wer sich im Augenblick öffentlich in einem Café zeigt, der macht das so als eine Art Suggestion von politischer Macht. Das ist just for the show. Aber natürlich haben die Spitzen der Parteien die gegenseitigen Telefonnummern. Natürlich gab es schon Austausch zwischen Grünen und CDU, zwischen Grünen und FDP. Natürlich wird überlegt, wie schafft man es, dass es nicht eine Koalition des nur kleinsten gemeinsamen Nenners gibt, sondern dass es eine Koalition gibt, die mehr verspricht als Stillstand, die für Aufbruch steht, die irgendwie eine Idee davon entwickeln kann, eine gemeinsame Idee davon entwickeln kann, was in diesem Land nicht nur bis 2021 passieren soll. Ja, eine Idee klingt gut. Und die Ideen, die jetzt gerade so geliefert werden, ich nenne mal nur mal einen Namen, weil der immer wieder dafür benutzt wird, das ist Jürgen Trittin. Da ist jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich zu erwarten, dass der mit der Kanzlerin einen Kaffee trinken geht, oder? Also Jürgen Trittin spielt im Verhandlungsteam der Grünen eine wichtige Rolle. Aus zwei Gründen. Er ist ein erfahrener Verhandler. Er war bei den schwarz-grünen Sondierungsgesprächen beim letzten Mal dabei. Er war Minister, er weiß, wie man ein Ministerium führt, er kennt die politischen Tricks. Und er ist auch, das ist nicht respektierlich gemeint, natürlich auch ein politischer Trickser. Aber es ist völlig klar, dass von den 14 Leuten, die die Grünen in ihre Sondierungsgruppe schicken werden, nicht alle ein Ministeramt bekommen werden. Und ich glaube auch hier an dieser Stelle heute schon sagen zu können, auch Trittin wird kein Ministeramt bekommen. Ist Trittin eigentlich, jetzt lassen wir mal so unkommentiert stehen, ist Trittin eigentlich ein Altforderer, wie man ihn so benennen könnte? Wenn man zum Beispiel, der Blick sollte natürlich jetzt auf die SPD gehen, das haben Sie schon verstanden. Ich glaube, dass Trittin ein linker Grüner ist und dass er in der Frage der Positionierung der Grünen, welche Rolle die Grünen in so einer Jamaika-Koalition spielen können. Sind Sie nur das Anhängsel einer bürgerlich-schwarz-gelben Koalition oder eine eher linke, progressive Kraft? Da wird Trittin inhaltlich, auch bei den Gesprächen, die die Grünen selbst ja hinter ihren eigenen Kulissen führen müssen, eine große Rolle spielen. So, und bei der SPD, Altvorderer, ich glaube, die SPD befindet sich gerade in einem großen, großen Umbruch, in einer Art Ablösungsprozess. Und da kann und wird die Personalie Andrea Nahles nicht die einzige bleiben. Das heißt? Schulz? Nageln Sie mich nicht auf eine Prognose fest, aber es ist völlig klar, dass Martin Schulz große Schwierigkeiten haben wird, der Partei zu erklären, warum er über den Parteitag hinaus Parteivorsitzender bleiben will. Punkt. Punkt. Ja, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Gestern hat eine sehr angenehme Kollegin von mir, mit der ich zusammenarbeite und übrigens auch gerade an dieser Sendung gearbeitet habe, gesagt zu mir, weißt du, wenn ich Chefredakteurin so von allem irgendwie wäre, also von allem. Das geht zwar nicht, aber angenommen. Ich würde verfügen, dass es mal so drei, vier, vielleicht auch noch mehr Wochen gäbe, jetzt ab jetzt, wo wir mal nicht berichten über das, was dort jetzt in Berlin läuft, wenn Sie versuchen, dieses Jamaika zusammenzubinden. Wir wollen denen einfach mal Zeit geben. Was halten Sie von so einer Idee? Ist natürlich Illusion, ich weiß. Also ist illusorisch, aber irgendwie jede verrückte Idee ist am Ende ja nicht nur verrückt, sondern vor allem vielleicht eine Idee, die fasziniert und über die man mal nachdenken sollte. Wir wissen beide, dass es illusorisch ist in unserer Mediengesellschaft. Aber natürlich, ich hatte vorhin das Bild von den beiden Politikern, die sich im Café ablichten lassen, um zu zeigen, sie hätten was zu sagen. Natürlich funktioniert Politik und natürlich funktionieren Koalitionsverhandlungen auch über die Öffentlichkeit. Da wird über Bande gespielt, manchmal auch, ich würde sagen, zum Schaden des Inhalts. Deswegen finde ich die Idee total charmant. Sie würde ein völliges Umdenken von uns Journalisten, aber auch von vielen Politikern erfordern. Sie würde Geduld erfordern der Bürger, die sich ja dann auch darauf einlassen müssen, dass sie eine Woche, zwei Wochen überhaupt nicht über den neuesten Stand informiert werden. Wir alle, also auch als Bürger, sind ja neugierig drauf, jeden Abend, jeden Morgen. Am liebsten den ganzen Tag über zu erfahren, was bewegt sich gerade, auch Personalien, wer könnte es werden. Also Neugier ist ja auch irgendwie eine Triebkraft von Politik. Aber die Idee finde ich ehrlich gesagt verdammt faszinierend. Ja, ich staune auch über manche Ideen und Gedanken und auch Schlüsse von Ihnen. Dafür danke ich sehr herzlich. Marc Brost von der ZEIT. Danke nach Berlin. Herzlich.